Commerzbank Digital Banking – Online Banking leicht gemacht In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren Zugang zum Digital Banking einfach mithilfe Ihres Smartphones aktivieren. In den letzten Tagen haben Sie Post von uns erhalten, einen Brief mit Ihrer persönlichen PIN, dem Passwort für Ihr Digital Banking und einen zweiten Brief mit Ihrer Teilnehmernummer und eine Aktivierungsgrafik für Ihre Fototan-App. Bitte halten Sie die Briefe und Ihr Smartphone bereit. Alternativ können Sie statt eines Smartphones auch ein Commerzbank Fototan-Lesegerät nutzen. Für die Aktivierung per Smartphone laden Sie bitte die Commerzbank Fototan-App über den App oder Play Store herunter. Unsere Fototan-App ist ganz einfach in der Bedienung und bietet Ihnen besondere Sicherheit. Öffnen Sie nun die Commerzbank Fototan-App und klicken Sie auf Jetzt starten, um mit der Aktivierung zu beginnen. Anschließend werden Sie gebeten, Ihre Teilnehmernummer und Ihre PIN einzugeben. Nun können Sie die Aktivierungsgrafik aus dem Aktivierungsbrief einscannen. Nach erneuter Bestätigung erlauben Sie bitte der Fototan-App, Ihnen Push-Benachrichtigungen zu senden, sodass Sie TANs erhalten und Aufträge schneller freigeben können. Die TAN ist Ihre elektronische Unterschrift für das Digital Banking. Geschafft! Ihr Digital Banking-Zugang ist jetzt freigeschaltet und Sie können diesen ab sofort nutzen. Um Ihre Bankgeschäfte künftig noch einfacher nur mit dem Smartphone abzuwickeln, empfehlen wir Ihnen neben der Fototan-App unsere Commerzbank Banking-App. Diese können Sie ebenfalls im App- oder Playstore herunterladen. Zur Anmeldung in der Banking-App nutzen Sie dieselbe Teilnehmernummer und persönliche PIN wie im Online-Banking. Wenn Sie Ihre Banking-App mit der Fototan-App verbinden, können Sie Ihre Bankgeschäfte mit einem Fingertipp auf die Push-Nachricht sicher, schnell und unkompliziert bestätigen. Die beiden Apps arbeiten dabei Hand in Hand. Und die einfache Freigabe von Aufträgen per Fingertipp funktioniert sogar auch im Web. Sollten Sie bei der Beantragung Unterstützung benötigen, helfen Ihnen unsere Kolleginnen und Kollegen unter der Telefonnummer 069 5 8000 8000 oder in der Filiale gerne weiter. Sie wollen mehr erfahren? Dann schauen Sie sich die weiteren Videos zum Digital Banking an und entdecken Sie Schritt für Schritt Ihre Möglichkeiten. Banking und persönliche Beratung jederzeit und überall. Es liegt in Ihrer Hand. Commerzbank. Die Bank an Ihrer Seite.